Man wird schon nach wenigen Minuten süchtig danach. Ich brauche auf jeden Fall meine tägliche Dosis. Wenn Sie das aufpassen, könnte Ihr Kopf platzen. Ich brauche dem Kavanaugh. Ja, ich habe mich sehr geholfen. Es reicht nicht mehr, dass jeder tagelang, nächtelang, wochenlang vor seinem PC versauert. Nein, da muss man doch noch Freundschaften knüpfen, um jedes Detail seines verfickten Lebens mit anderen zu teilen. Ja, Thomas hat eine Kackwurst geschissen. Möchtest du den Geruch mit ihm teilen? Nein! Facebook, diese Scheiße! Wilfried möchte dich als ein Freund hinzufügen. Möchtest du akzeptieren? Nein! Wuq! – Das ist ein Freund! – Ich bin ebenfalls Ze cords wir cleaner. Ich habe nicht. W香港. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.